Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dann soll die Armee im Kehrt machen! Mein ist being creative! How do you get the idea? I just try to think creatively! Now, when you look at this orange, tell me please, what do you see? Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! It's just a pouring out orange! Maybe to you, but not to me! I see a silly face! Woah! Walking along and smiling at me! I don't see what you mean! Cause you're not thinking creatively! So take a look at my hair! Cutting! Cool! I use my hair to express myself! That sounds pretty boring! I use my hair to express myself! Now, when you stare at the clouds in the sky, don't you find it exciting? No! Come on, take another look! Oh, wait! I can see a hat! I can see a cat! I can see a man with a baseball bat! I can see a dog! I can see a frog! I can see a ladder leaning on a log! I think you're getting the hang of it now! Using your minds to have a good time! I might paint a picture of a clown! Woah, there, friend, you might need to slow down! Jaffi, let's slow down! Here's another good tip! Yeah? Of how to be a creative whiz kid! Go and collect some leaves and sticks! And arrange them into your favorite color! Blue! Green! Green! Green is not a creative color! My driver, we don't know where he is at the moment. What do you mean? He's a Hitler's adjutant! He has to be in charge! We haven't seen him for days. I'm going to go to the wrong place! There's one more thing that you need to know Before you let your creativity flow Listen to your heart, listen to the rain Listen to the voices in your brain Come on guys, let's get creative! Get creative! Oh my God! Fahrrad Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Now that's all agreed, to never be creative again. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Gezuchen Sie ihn, ey! Ich will Fegeler sehen, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bring es mir Fegelite! 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 Fegelite!